wir sind heute abend beim rocker village 2010 das zweite mal dieses jahr hier mit dominik und danke dass ihr die zeit genommen habt als erste frage wie war es gestern abend wie war es am frei wir haben schon fast doppelt so viele lücken wie das jahr vorher sehr gefreut wir haben trotz dem schlechten wetter wieder relativ viele leute begrüssen aus der ganzen schweiz wir haben hier zelt im kanton niedewalde sind die allererste zeltgäste die ausserkantonal sind gekommen wo sie kommen fröhliche bands geniessen und wir sind im grossen ganzen zufrieden die stimmung ist sehr gut gewesen ja es ist super gewesen also die bands haben auch gas gegeben wirklich keine stimmung hat gefällt sehr schön sagt habt ihr zum vorherigen jahr sehr viel am festivalkonzept geändert rein am konzept nicht wir haben ein paar veränderungen in infrastrukturen wir haben die bühne gekehrt das jahr dass die musik quasi gegen zahnendorf zugeht aber sonst ist das gelände eigentlich gleich geblieben würdet ihr im kommenden jahr erst mal das festival wieder organisieren und würdet ihr was verändern also es wird sicher das nächste roch der will ist geben wenn wir nicht gerade verlumpen das jahr aber ich glaube im gesamten konzept muss man nicht viel ändern was man vielleicht ändern sind die sachen infrastruktur im ganzen gelände dass man das ganze vielleicht noch ein bisschen schnuckeliger noch kleiner machen dass man nicht mehr so weit muss laufen und man sich schön warm geben das wie jetzt das wetter nicht ganz so motivieren gerne hätte ja noch ein bisschen besseres wetter wäre super aber sonst hat er ja schon viel gesagt schliessen wir ja gibt es was was er den heutigen festivalgästen heute abend noch ans herz legen möchtet kommen sofort kommen jetzt geniessen unsere bands wir haben ein dj aus hamburg wo abends zwei morgens bis morgens um morgens um fünfe musik macht wir haben die ganze nacht party wir haben tessiner wir haben zürcher wir haben alles hier kommen und geniessen das kommen keine feste wir haben frohe es ist eine super sache ja dominik nicole vielen dank und noch viel erfolg heute abend viel spass ist ja 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 Auf Wiedersehen!